Musik 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 Guten Morgen Freunde nach Deutschland, wir haben jetzt 7.25 Uhr und es heißt ja hier in den USA nicht ohne Grund, der frühe Vogel fängt den Wurm und wir haben heute eine ganz besondere Attraktion vor, nämlich, wo fahren wir hin, wo fahren wir hin, wo fahren wir hin, wo fahren wir hin, zum Flughafen fahren, ja und was sieht man hier, hier sind die Autos, damit wir auch schöne Bilder haben. Ja, das ist natürlich hier mit dem Abbiegen so eine Sache, hier, Grand Canyon Helicopters. Jetzt suchen wir uns mal einen schönen Parkplatz, richtig schön fahren, am besten wo keiner steht, hier, hier, schön rein. Also das mit dem Blötsch, das waren nicht wir, da sind jetzt Zeugen. So, jetzt machen wir aus, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Eine ganze Batterie an Helikoptern, wir fliegen jetzt um 8 Uhr, das ist so der erste Flug des Tages, wetterbombastig, das heißt, wir werden eine 1A Aussicht auf den Grand Canyon haben. Jetzt gehen wir mal rein, komm bitte. So, jetzt geht's los. 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 Wir spielen eine deutsche Sprache und eine Spanische Sprache. Und Musik. In den anderen Teilen, wenn wir hier sind, ich werde mit dem Flugzeug und mit dem Flugzeugkontrollen werden. Ich werde ein paar Musik machen, und dann, wenn wir ein bisschen weitergehen können, dann werden wir ein bisschen weitergehen. Wenn wir alles gut machen können, Wenn ihr Fragen habt, dann können Sie mich auf den Scholder Airport und ich bin froh. So just sit back and relax and get this thing started. So just sit back and relax. 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 So just sit back and relax.